Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu einem weiteren Tag-Video. Ja, vielleicht habt ihr schon mein Star Trek Tag Video gesehen. Ich habe aber noch einen gefunden, der auf mich genauso gut passt und zwar einen Doctor Who Tag. Auch der ist schon ein bisschen älter und ja, falls irgendwelche Whovians unter euch da draußen sind, schreibe ich euch die Fragen zu dem Tag auch nochmal in die Kommentare. Also ich nominiere auch hier niemanden, weil ich so nicht weiß, wer von euch sich vielleicht auch dafür interessiert. Aber ja, ich bin gespannt, was da alles auf einen zukommt an Fragen. 14 Stück sind es insgesamt und ich würde sagen, fangen wir doch einfach mal an. Erste Frage, seit wann bist du Fan? Ziemlich lange ehrlich gesagt schon und zwar seit, nur kurz rechnen, mittlerweile auch gut 25 Jahren sogar, ja. Und zwar, ich bin Fan von Doctor Who geworden. Anfang der 90er, da liefen nämlich auf RTL, damals liefen die Folgen mit dem siebten Doktor, mit Sylvester McCoy, auf deutsch synchronisiert natürlich. Und das war das erste Mal, wo ich Doctor Who halt gesehen habe. Und da war ich ja eh schon so auf Science Fiction und hab dann gedacht so, oh, Science Fiction Serie, ne, guck dir mal an. Und fand das einfach total genial. Und ich hatte damals von der Schule aus noch einen Brieffreund in England drüben und hab denen dann auch mal geschrieben so, ja, kennst du Doctor Who und so? Und der hat mir dann ganz begeistert zurückgeschrieben so, oh ja, Doctor Who, klar, jeder hier in England kennt Doctor Who und so. Und hat mir dann da ordentlich erzählt. Und da hab ich dann erst so gefahren so, ach so, das läuft auch schon viel, viel länger. Das läuft schon seit den 60er Jahren und es gab schon so viele verschiedene Doktoren. Und dann hab ich so gedacht, wow, ist ja cool, ne. Also seitdem bin ich dann quasi schon Fan. Und so später in den 90ern ging das dann auch los, dass dann halt so auch der Videomarkt dann auch so ein bisschen offener wurde. Halt auch, dass man Sachen aus England dann halt auch kaufen und bestellen konnte. Und dann hatte ich irgendwann halt auch eine große Sammlung von Doctor Who Videokassetten aus England. Mit ganz viel von Klassik Doctor Who natürlich. Und ja, dadurch ist es dann erst richtig zustande gekommen. Und irgendwann hab ich die mal halt alle verkauft, um, äh, und das Geld dann quasi investiert in die DVDs. Weil dann fing ja an, äh, alles dann auch auf DVD zu erscheinen, als VHS dann langsam so ausgemustert wurde. Und, ähm, ja, jetzt habe ich alles, was an Klassik Doctor Who so es noch gibt, ähm, mittlerweile halt auch auf DVD. Ne. Ja, zweite Frage, Klassik oder neu? Äh, beides. Also ich mag sowohl die Klassik Doctor Who Folgen, ich mag aber auch die neuen Doctor Who Folgen. Ich war mega happy, als sie, ähm, das damals angekündigt haben, dass es neues Doctor Who geben wird, ähm, weil es gab ja eine ziemlich große Lücke. Also die letzten offiziell, die letzten Folgen von Klassik liefen 1989. Dann gab's 1996 gab's nochmal so ein Kino, so ein TV-Film. Ähm, und dann kam ja lange Zeit gar nichts. Und dann 2005 war das dann, glaube ich, ja, dass dann so angekündigt wurde, ja, es gibt, es gibt bald wieder Doctor Who und da war ich natürlich auch mega happy. Und ja, ich mag die neue Serie auch. Ähm, dritte Frage, Lieblingsdoktor. Ähm, ich muss dazu sagen, ich mag jeden Doktor. Also ich mochte bisher jeden Schauspieler, der diese Rolle inne gehabt hat. Ähm, wenn ich sagen muss, Lieblingsdoktor Classic, ähm, ist es Sylvester McCoy, Doktor Nummer 7. Das war der erste, den ich gesehen habe. Ähm, neue Serie, ähm, halten sich so, die Waage halten sich so ein bisschen bei mir. David Tennant und Matt Smith. Also es gibt bei beiden Sachen, die mir nicht ganz so gefallen, aber, ja, die halten sich so ein bisschen die Waage bei der neuen Serie. Vierte Frage, Lieblingscompanion. Ähm, aus Klassik, definitiv Ace, die Companion vom siebten Doktor. Ähm, einfach super toller Charakter. Ähm, und ansonsten natürlich Sarah Jane Smith, äh, bester Companion ever. Gar keine Frage. Ähm, in der neuen Serie liebster Companion bisher, Donna. Donna Noble. Ähm, ich fand sie einfach super klasse. Ähm, so ihre ganze Art, ähm, vor allem, dass sie die Doktor auch manchmal so anflaumt und einfach auch mal so ein bisschen rummeckert. Das fand ich einfach sympathisch, weil, ich hab auch nichts gegen Rose und Martha Jones, aber die waren dann irgendwann so, ah, der Doktor so anhimmelverliebt und das ging irgendwann so ein bisschen auf die Nerven. Und, und, und Donna war einfach da so ein bisschen anders und, ähm, vor allem, das war ja auch so ein Running Gag, wie sie dann gesagt haben, so, oh nein, 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 wir sind, wir sind kein Paar. Wir sind definitiv kein Paar. Und, ähm, und ich mochte Donna einfach total gerne. Und ich fand das auch so herzreißend und tragisch irgendwie, dass am Ende, ähm, der Doktor ihr quasi die ganzen Erinnerungen nehmen muss, die sie an ihn hat und die ganzen Erlebnisse mit ihm, weil sonst irgendwie ihr Gehirn explodiert wäre. Und sie geht halt in dieses ganz gewöhnliche Leben zurück. Und, ähm, das fand ich einerseits so fies, aber auf der anderen Seite denke ich mir auch so, aber wenn du sowas erlebt hast, wie sollst du dann in dein normales, irrisches Leben auch wieder zurückgehen. Ne, aber, also, Donna ist definitiv aus der neuen Serie, ähm, ja, mag ich total gerne. Ähm, andere Lieblingscharaktere, äh, With a Song aus der neuen Serie, definitiv. Ähm, nochmal zu Companions, Amy und Rory sind natürlich auch total klasse. Ich hab so ein bisschen meine Probleme mit, mit Clara, aber das haben viele, wie ich weiß. Ähm, und andere Lieblingscharaktere, ähm, ja, unser Dreierteam da, Madame Vastra, ne, Jenny und Strux ist einfach total klasse. Ähm, das sind so meine anderen Lieblingscharaktere. Ähm, ja, das sind so nebenbei wirklich so meine anderen Lieblingscharaktere. Die sechste Frage ist mega schwierig. Top 3 Episoden. Da kann ich aus Classic echt nicht nur drei auswählen, weil es einfach so viel ist. Ne, aus der neuen Serie muss ich sagen, ich nehm einfach mal jetzt nur aus der neuen Serie, Top 3 Episoden, Blink, die erste Episode mit den, mit den Reaping, mit den Reaping Angels, weil die einfach so hammer gruselig ist und diese, und diese Engel, diese weinenden Engel einfach so mega creepy sind. Ähm, seit ich die Folge gesehen habe, bin ich auch immer, bin ich auch immer so ein bisschen, habe ich auch immer so ein bisschen Paras, wenn ich an so Staduen vorbeikehe. Muss ich gestehen. Aber das war eine der genialsten, ähm, Episoden aus der neuen Serie. Ähm, ja, was noch? Ähm, ähm, noch zwei Zweiteiler. Einmal vom neunten Doktor, ähm, The Empty Child und The Doctor Dances, also dieses Kind mit der Gasmaske, das immer nach seiner Mami ruft. Auch mega gruselig. Ähm, und die erste Folge, wo River Song auftaucht, also die erste Doppelfolge, also dieses, ähm, Silence in the Library. Fand ich auch super, super klasse. Ähm, siebtens, Hass Episode. Ähm, ja, da ist bei Classic auch, da gibt's auch viele Gurken, da ist es schwierig, eine rauszupicken. Aus der neuen Serie muss ich sagen, ähm, Love and Monsters ist, also ich hab's versucht, mir die immer wieder mal anzugucken, aber ich werd mit dieser Episode einfach nicht warm. Also, ich weiß auch nicht, was sie sich dabei gedacht haben, was an der Episode jetzt irgendwie, klasse sein soll, funktioniert einfach nicht. Und, ja, also das wäre aus der neuen Serie bisher meine richtige, richtige Hass Episode. Ähm, Frage 8. Welchen Begleiter mochtest du am wenigsten? Also welchen Companion? Am wenigsten, ähm, ähm, oh. Aus der Originalserie am wenigsten muss ich sagen, war, ähm, also Fans vom Classic Doctor Who werden das wahrscheinlich, werden wahrscheinlich wissen, von wem ich rede, war, ähm, Atric. Also so ein junger Bengel, der mit Doktor Nummer 4 und 5 unterwegs war, ähm, ja, es tut mir auch echt leid, aber ein furchtbarer Charakter. Ähm, und aus der neuen Serie, ähm, ähm, ja, ich, äh, ich muss sagen, ich hab echt meine Schwierigkeiten mit, 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 mit Clara. Also, ja, ich, ich, ich weiß es nicht. Irgendwas funktioniert in ihrem Charakter nicht, was mich eigentlich, was mich einfach irgendwie irritiert. Ja. Neunte Frage. Welchen Doktor magst du am wenigsten? Ähm, kann ich so nicht sagen. Ich mag eigentlich jeden Doktor. Also, es gibt bei allen so gewisse, ja, Charakterisierungen oder so, die ich vielleicht nicht ganz so klasse finde, aber es gibt keinen Doktor, bei dem ich jetzt sage, so, nee, den mag ich überhaupt nicht. Also, jeder Schauspieler, der in dieser Rolle bisher war, hat was Besonderes, hat die Rolle auch irgendwie zu seiner eigenen gemacht. Und deswegen, da gibt's keinen, wo ich jetzt sagen würde, nee, mag ich nicht. Oder gucke ich überhaupt nicht. Das gibt's nicht bei mir. Ähm, zehnte Frage. Welche Art von Begleiter wärst du? Oh Mann, das ist schwierig. Also, so wie ich mich kenne, wäre ich wahrscheinlich auch so ein bisschen wie Donna. Ich würde wahrscheinlich auch ordentlich rummeckern. Ähm, ich würde den Doktor höchstwahrscheinlich nicht anhämmeln. Wo kommt drauf, wie er aussieht. Aber, ähm, und, ähm, neugierig, wie ich auch bin, wäre ich wahrscheinlich auch die Sorte Companion, die alle Nase lang irgendwelche Fragen stellt. Ähm, was ja auch mit die Aufgabe des Companions ist. Der Companion soll ja Fragen stellen, ne? Stellvertretend für die Zuschauer, damit der Doktor alles erklären kann. Ähm, ja, elfte Frage. Lieblingsmonster? Ähm, ja, mega Klischee. Die Daleks natürlich. Ähm, die Daleks gehören einfach zu Doktor Wu. Aber wie gesagt, halt auch die Weeping Angels, also die, die weinenden Engel haben genial. Also, mega gruselig und creepy und, ne? Aber es gibt, es gibt so viele Monster da auch wieder. Aber die Daleks und die Weeping Angels sind, ähm, sind schon cool, ja. Ähm, zwölfte Frage. Hassmonster? Ähm, Hassmonster habe ich eigentlich nicht, ähm, das Einzige, was ich ein bisschen schade finde, ich mochte die Cyberman, äh, in der Original, also in der Klassik Doktor Wu mochte ich lieber als die Cyberman in der neuen Serie, weil die sind mir, da sind die mir oft, äh, ich weiß nicht, ein bisschen komisch, ähm, dargestellt. Also ich, ich, die Cyberman mochte ich in der, in Klassik Wu lieber als im neuen Doktor Wu. Aber ein richtiges Hassmonster habe ich jetzt eigentlich nicht. Also, man könnte jetzt nur sagen, so in der Klassik Doktor Wu gab es viele Monster, die, ähm, die eigentlich von der Story her gruselig sein sollten, aber im Endeffekt dann doch irgendwie eher albern aussahen. Aber das ist jetzt auch nichts, was man hassen kann, da kann man sich höchstens dann drüber lustig machen. So, dreizehnte Frage, gehst du mit dem Doktor, sollte er auftauchen? Hm, also erstens, nur, wenn er mir garantieren kann, dass er mich zum exakt gleichen Zeitpunkt, wenn wir mit dem ganzen fertig sind, auch wieder absetzt, hier, ne, was ja auch immer so eine Sache ist, ähm, würde ich mitgehen? Hey, ich, ich sag mal so, wer würde nicht mitgehen, ne? Die Chance, Raum und Zeit zu sehen in allen möglichen Facetten, ne? Ich meine, gut, du musst natürlich darauf gefasst sein, dass du regelmäßig gefangen genommen wirst, dass regelmäßig irgendwelche, äh, Kreaturen auf dich schießen werden, ähm, dass du permanent in Gefahr gerätst, aber ich glaube, was du dadurch alles zu sehen bekommst, das macht das Ganze bestimmt wett, also, würde ich mitgehen? Ich denke schon, ja. Und die letzte Frage, worauf freust du dich am meisten? Aktuell freue ich mich am meisten darauf, Jodie Whittaker als den ersten weiblichen Doktor zu sehen. Ich fand die Ankündigung schon mega genial, ähm, und scheiß auf all die Leute, die sich darüber ausgekotzt haben, und ich hab ja die ganzen Kommentare auch im Internet gelesen, so, wild Genderwahnsinn und, äh, ne, und liberale, dumme Agenda und ich guck das jetzt nicht mehr und ich dachte habe, so, wen juckt's, ne? Ich hab, aber für mich ist es einfach nur so, der erste weibliche Doktor verkörpert für mich unter anderem das, was ich an Doktor Who einfach so liebe, in dieser Serie kann einfach alles passieren, ne? In dieser Serie kann komplett alles passieren und dann wird der Doktor halt eben mal weiblich. Und wie gesagt, darauf freue ich mich echt sehr. Ich möchte sehen, wie Jodie Whittaker den Doktor spielt. Und ich bin mir sicher, dass es auch zu gewissen Anspielungen kommen wird. Ich bin vor allen Dingen gespannt darauf, wie die Daleks auf den ersten weiblichen Doktor reagieren werden. Das wird bestimmt interessant, ja. Das wird bestimmt interessant. Doch, darauf, darauf freue ich mich. Und das war's auch schon mit dem Doktor Who Tag. Ja, interessante Fragen und, äh, wie gesagt, wenn man, ich glaube, wenn man nur das Neue kennt, ist es einfacher, manche Fragen zu beantworten, wenn man so wie ich halt auch die ganze Klassik-Serie kennt, ähm, dann ist es echt schwierig. Also, da kannst du schwer Top 3 Episoden oder auch Lieblingssponsor oder Lieblingsbegleiter richtig auswählen. Das ist, weil es einfach so wahnsinnig viel ist. Aber, ja, ich hoffe, dass dieses Video auch für euch sehr informativ gewesen ist. Und wie gesagt, falls ihr auch Doktor Who Fans seid, ähm, ich schreibe euch die ganzen Fragen auch nochmal unten in die Videobeschreibung. Und, ähm, ja, wenn ihr euch berufen fühlt, den vielleicht auch nochmal zu machen, den Doktor Who Tag, dann, äh, ja, tut das doch einfach. Und, ähm, ja, ich sage vielen lieben Dank fürs Zugucken und wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dahin, meine Lieben, macht's gut!